Herzlich Willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Benjamin Beibl und Sie sind jetzt kurz davor einen der kraftvollsten und powervollsten Sätze zu lernen die ich jemals in meinem Leben gehört habe. Bei mir hat dieser Satz beinahe alles verändert. Ich habe durch diesen Satz die Möglichkeit meine Produkte und Dienstleistungen fast jeden zeigen zu können ohne Ablehnung und zurückgewiesen zu werden. Das war ein Problem das ich ganz lange hatte und als ich diesen Satz zu verwenden begann da hat sich wirklich alles verändert. Ich habe das erste Mal diesen Satz versucht in meinem Hauptberuf. Ich bin Versicherungsagent, bin ich bei einer völlig fremden Person und ich konnte gleich das erste Mal als ich diesen Satz angewandt habe eine tolle Versicherung abschließen mit dieser Person. Ich habe diesen Satz von einem Herrn aus den USA der einer der erfolgreichsten Networker der Welt ist. Er ist in dieser Sparte Network Marketing tätig und er hält heute weltweit Vorträge aber sein Beginn war ganz anders als er angefangen hat im Network Marketing tätig zu sein. Er war wirklich sehr aktiv. Er war keinesfalls eine faule Person aber er hatte nach eineinhalb Jahren keinen einzigen Vertriebspartner in seiner Organisation. Sie können sich vorstellen wie deprimiert er war. Und dann hat er sich mit dem letzten Geld das er hatte noch ein Ticket gekauft für eine Live Veranstaltung in den USA und dort hat er diesen Satz gelernt. Der Vortragende sagte nämlich damals der Unterschied zwischen einem Distributor, also einem der untersten Stufe in einem Network Marketing Unternehmen ist, der Unterschied zwischen so einem und einem der Double, Triple, Quadriple Diamond oder was es da für Titel gibt. Der Unterschied zwischen diesen beiden ist, dass der Diamond die richtigen Dinge sagt und der Distributor nicht, der sagt alles falsch. Und dann lernte er diesen Satz auf diesem Seminar und zwei Monate später hatte er ein Vollzeiteinkommen mit seinem Network Marketing Unternehmen. Vorher keinen einzigen Vertriebspartner. Und ich möchte Ihnen jetzt diesen Satz zeigen, der ist im deutschsprachigen Raum nicht verfügbar. Es gibt auch kein Produkt wo dieser Satz erklärt wird. Ich zeige Ihnen das jetzt völlig kostenlos, wenn Sie sich jetzt hier unten mit Namen und E-Mail Adresse eintragen, dann sende ich Ihnen sofort das Video zu, wo ich genau diesen Satz erkläre und dann können Sie sofort los starten und mit Ihrem Business erfolgreich werden. Also tragen Sie sich jetzt hier unten mit Namen und E-Mail Adresse ein und falls Sie auf YouTube direkt sind, dann klicken Sie einfach in der Beschreibung auf den Link. Da habe ich den auch reingepackt. Dann kommen Sie auf die Seite, wo Sie das gleiche Video, das Sie jetzt gerade sehen, nochmal sehen. Und dann tragen Sie sich bitte auf dieser Seite genauso unten ein. Gut, das war es jetzt von mir. Tragen Sie sich jetzt ein und wir sehen uns sofort auf der nächsten Seite.